Serratizit 3x3 Serratizit 3x3 Serratizit 3x3 Das Komplettpaket für das Drehen von Stahl. Drei Stufen, drei Sorten. Die F50 für die Schlichtbearbeitung, die M50 für die mittlere Bearbeitung, die M70 für das Schruppen. Kombiniert mit den Blackstar Sorten CTC P115 für den ISO-Anwendungsbereich P15, die CTC P125 für den ISO-Anwendungsbereich P25 und die Colorstar Sorte CTC P135 für den ISO-Anwendungsbereich P35. Intelligent kombiniert. Schleifern mit den lengten werden mit dem ISO-Anwendungsbereich P15, die CD pivoter wird und auf dem ISO-Anwendungsbereich P615 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020